Digger, der schießt. Hä? Ich schwöre, Alter, dass ich mich geschlossen bin. Digger, was geht ab? Hä? Der Typ auf dem Fenster. Da! Hä? Äh! Der schießt auf mich. Deiner Busse, Digger, der chillt einfach. Du tust ja nichts. Der Typ hat da noch irgendwie so rumgeschossen und jetzt hat er so geklimpert irgendwie. Dann hat er so ermäßig so ein Glasscherm oder so, das klingt eher wie Porzellan. Und dann steigt er da irgendwie ein. Jetzt geht er da irgendwie rein. Ach, ich weiß nicht mal ob's... Jetzt schießt er ja da drin wieder irgendwie. Digger, was geht hier ab? Da oben läuft auch noch irgendwo hier. Digger, hä? Digger, was? Was? Da sind richtig viele Polizisten jetzt? Digger, was? Die stürmen da gerade rein? Überall. Ich wollte gerade noch Polizei rufen und ich wollte da gerade sogar noch hinfahren. Die gehen zu irgendjemand an der Bushaltestelle? Das waren echt Schüsse. Und da hat jemand auch zurückgeschossen. What? Hamburg lebt oder was? 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 Das waren endlich Schüsse.